Okay, hey zusammen, hier ist wieder der Weesend und heute spiele ich ein bisschen Minecraft Survival Games und ihr seht mir dabei zu. Ähm, ja, so ist es. Ich, ja, ich frage mich immer noch, wer mir die ganze Zeit zusieht, das klingt mir voll komisch. Ich, ehrlich gesagt, würde ich mich nicht kennen und würde ich meine Videos sehen, dann würde ich mich nicht abonnieren, ich würde meine Videos nicht schauen. Ganz ehrlich, aber auf jeden Fall cool, dass mir immer zusieht. Ja, ich finde das echt richtig cool und so. Auf jeden Fall muss ich jetzt langsam irgendwie, ähm, so ein bisschen an Ware kommen und so, so ein bisschen so Items und so. Uh, geil. Ja, naja, okay, läuft. Ähm, und zwar das hier jetzt hier. Ich habe jetzt die Facecam hier hingestellt, ähm, ich habe jetzt die Facecam hier hingestellt und weiß, wie mir ein bisschen einfacher ist. Das blockiert jetzt irgendwie ein bisschen mein Bildschirm. Das macht aber nichts. Das ist mir egal. Ich will einfach mal kurz das aufnehmen. Und so. Und was sind das für eine Kunstbringer? Okay, auf jeden Fall Gold, eine Rüstung, 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 Rüstung. Uh, ja, läuft auf jeden Fall. So, oh, ist auch was. Alter, richtig. Entschuldig. Die Facecam ist gerade im Weg. Sorry, Leute. Hawaii ist im Weg. Ja, ich glaube, das ist der beste. Das ist der echt beste. Unkrasse. Hallo. Piss dich. Okay, ähm, springen. Äh, ich habe jetzt den Facecam kurz hier hinstellen müssen, weil sonst ist mein ganzes Bildschirm blockiert und ich sonst da sterben würde. So, oh, oh. So, oh, oh. So, so, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist so. Nee, das war keine Idee. Ich versuche immer nur aus einzufinden, damit ich nicht so als Volltoppel dastehe. Oh, mir verfolgt keiner mehr. Mir verfolgt keiner mehr, ja. Oh, Kuh. Oh, Kuh. Mann, ey, ich habe fast kein Leben mehr. In Herzen. Entschuldigung, mein Mausklick. Ich kann nicht versuch das. Ja. 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 Okay. Ich versuch das. Totell. Totellino. So. Okay, ich habe jetzt ein Goldschwert. Ich kann mich verteidigen. Oh mein, Goldschwert ist echt das Schlechteste, glaube ich. Das ist viel schwerer. Ich glaube, ja. Also, ich habe immer gedacht, Holzschwert früher. Aber irgendwie ist das ein schlechtes Goldschwert. Ich check das irgendwie nicht. Ich weiß, dass es Gold gar nicht mal so einfach zu finden ist. Und Gold dann, dass, ja, richtig schnell kaputt wird. Und dann ist es immer noch schlechter als Holz. Ich meine das natürlich. Ich weiß nicht, ob das ist, aber ich... Angeblich ist das so. Und dann steht in Minecraft Wiki steht das, glaube ich, auch so. Aber irgendwie... Man kann niemandem trauen. Außer man ist selber in Minecraft reingegangen, hat die ganzen Files dekodiert und danach nachgesehen, wie... Ähm... Die... Die Werte... Der Schwert eingesehen. Aber... Ich glaube... Ja. Das hat wahrscheinlich auch irgendjemand mehr gemacht, aber hat das nicht mit uns geteilt. Pfff... Aber vielleicht doch. Und ich irre mir... Ich irre mir die ganze Zeit nur. Ja. Goldsch. Kommt mal zu befolgen. Und... Das ist vielleicht das wie eine abgefuckte Karte irgendwie. Irgendwo komisch irgendwie. Ich... Ich check das gar nicht. Das macht die Bedrock und... Oh. Ich weiß schon. Ich check das irgendwie gar nicht. Und... Dann ist das ja. Fehlen mir noch 26 Minuten. Spät ist das. Ja, okay. Oh. Ist noch gut. Früher war alles besser, muss ich irgendwie sagen. Das ist irgendwie komisch jetzt, das neue hier. Oh. Das Zeug. Ich sammel das mal auf. Ich find das immer voll komisch, wenn jemand einfach das ganze Zeug hier liegen lässt. Das finde ich immer... Verschwenderisch. Und da Goldschweater schnell kaputt werden. Durch die... Mal so gleich im Anfang hin. Und... Okay. Man bekommt nur Strings. Aber ich kann mir fast einen Bogen machen. Ich glaub... Er braucht noch ein String mehr und einen Stick mehr. Stigma. Stigma. Ähm. Ja. Er kennt jemand Stigma. Also... Er kennt jemand Traumacenter oder so. Das Spiel Traumacenter. Das ist einfach relativ cool. Ich noob nur die ganze Zeit ab in dem Spiel. Weil es ein bisschen schwierig ist. Oder... Ja. Aber wenn ihr es nicht mehr kennt. Traumacenter ist egal. Oder... Ich hab nur Traumacenter New Blood gespielt. Ähm. Da ist eben was mit Stigma und so. Aber ja. Auf jeden Fall wäre geil, wenn es auch jemand gespielt hat. Weil irgendwie bei uns ist das nicht so populär. Kommt mir vor. Und schade, dass irgendwie kein neuer Teil mehr rausgekommen ist. Und irgendwie... Ich glaube der neueste Teil Traumacenter ist für uns jetzt erschienen. Ich hab mir sowieso nicht gekauft, aber... Trotzdem. Wollte ich was anmerken. Ist ja wichtig. Muss man immer so etwas dazu sagen. Immer... Das Maximum an Informationen herausgeben. Ja, so läuft man das. Und ja. Das füllen ein bisschen die Pausen. Während ich überlege, was ich als nächstes sagen sollte. Ja. Ich glaub das war grammatikalisch gesehen auch nicht ganz richtig. Aber ja. Co-Captain Jen Duke. Duke. Was heißt er auf Duke? Das check ich nicht. Uh. Reguläre Chests. Oder Truhen. Wenn er sagt irgendwie... Nee, das ist... Irgendwie sagt er nach jeder, ähm... Kisten anstatt Truhen. Oh ja. Wo es eigentlich Truhen sind sonst. Wann so... Keine Kiste... Funktioniert so. Uh. Ja okay. Ich kann das ja nicht alles mitnehmen, was das geht. Nehmen sie immer gern alles mit, aber... Okay. In dem Fall ist das echt... Nicht ganz ordentlich. Nehmen sie ein Goldzeug. Ja. Das kann man mit anlassen. Wann ist sie nicht so selten. Oder? Sonst hat es sich gelohnt hier anzuschauen, weil ich hab schon ein bisschen Zeug eben... So. Okay. Hier geht auch noch runter. Ist das einfach Schiff. Das hier kommt schon. Navigator. Hopp. 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 Oh. Ich kann mir Brot machen. Echt. So ein Ding. So ein Dinger. So ein... Craftnertable. Okay. Ich nehme das jetzt mal nicht mit. Ich hasse das immer, wenn jemand irgendwas übrig lässt. Weil das könnte dem Feind helfen. Und wenn es mir helfen kann, könnte es auch einen Feind helfen. Und das ist ja... Und das nehme ich immer normalerweise alles mit. Aber... Das... Geht halt nicht immer, wenn es mental noch so schnell voll wird. Ich muss wieder essen, um nahrhaft zu bleiben. Ja. Um schmackhaft zu bleiben. So heißt das. Und ich muss irgendwie rauskommen, weil ich hab so irgendwie kein Bock mehr. Mit uns zu sein. Und... No. Okay. Das sind doch alle die Schöne. Aber ich check irgendwie die ganze Sachen nicht ganz. Egal. Hier sind immer die ganzen... Da hab ich immer den... Zwang dazu. Immer wenn ich hingehen... Da will ich irgendwie... Ungedinkt. Ungedinkt. Ähm... Draufklicken. Und das ist asymmetrisch. Sollte man unbedingt melden. Bug Report. Ja. Nö. Schatz. Ja. Da hat man halt immer das Belofenes hier hinzugehen. Zumindest nicht. Okay. Ähm. Mal gucken, ob hier endlich mal ein Feind ist. Weil... Bin zwar nicht so gut und so. Aber es wäre halt doch irgendwie ganz praktisch. Wenn man... Bogen. Ja. Richtig. Cool. Türbox. Leder. Ja. Warum hat man dann keine... Discs... Also so Music Discs auf Leder gebannt. Das wäre viel cooler gewesen. Weil Leder ist einfach viel cooler. Leder. Und... Man bekommt halt jeder von den mehreren Tieren und Musik. Irgendwie diese Kunststoffe. Und... Kunststoff ist der. Das ist nicht so beliebt oder so. Nö. Was? Was ist da? 60... 60 Sekunden! Ist so... 4 Leute sind noch übrig. Oh. Muss man ein Cookie essen. Es wird mich so verstört, dass ich jetzt ein Cookie essen muss. Okay. Pfeiler habe ich noch 4. Okay. Mal ein bisschen Inventar rotieren. Okay. Ohne Scheiß. Ich werde es verlieren. Aber mir egal. Ich werde diese Aufnahme trotzdem online stellen. Weil... Keine Ahnung. Wenn ihr das nicht hört, dann schreibt es in die Kommentare. Hehehe. Damit... Naja. Keine Ahnung. Wenn ihr diese Aufnahmen nicht seht, dann solltet ihr in die Kommentare schreiben. Wir sehen diese Aufnahmen nicht. Ja, das macht dann schon Sinn. Okay. Ich muss dann schnell versuchen, um die letzten paar Kisten abzukisten. Kisten. Ja, ich sage schon wieder Kisten. Okay. Wenn ich es schon erwähne. Ähm. Ich muss die letzten paar Truhen noch so ein bisschen abklappern und so. Damit... Ich bin nicht ganz am Ende. Also voll tot lache. So wie jetzt. Ähm. Fuck. Fuck. Wer was wünscht? Sorry. Das war Dialekt. Ähm. Ich bin... Ich bin so Dialekt. Also ich spreche halt normalerweise mit einem Dialekt. Und... Es ist ein bisschen schade. Hey, der war nur ganz schade. Ähm. Okay. Nicht sehr gut, dass ich jetzt verloren habe. Und irgendwie... Ich denke, dass der Gamesdown nicht aufgenommen wurde. Sondern ich glaube einfach, dass kein Gamesdown abgespielt worden ist. Glaube ich irgendwie. Also ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie glaube ich, dass kein Gamesdown abgespielt worden ist. Also ich habe nichts gehört. Und... Warte kurz. Da geht der Gamesdown wieder. Ja egal. Ich will jetzt die Aufnahmen nicht unnötig in die Länge ziehen. Weil ich das sonst immer immer mache. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön fürs Abonnieren und sowas. Und sowas, ja. Ähm. Auf jeden Fall. Freut mir, dass du vorbeigeschaut hast. Vor allem nicht nur unsere Scheißelaber. Aber... Auf jeden Fall. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.